sondern einige, die mit dem freien Internet zu tun haben und man kann sagen, eine der Themenbereiche, die sicher am gefährlichsten sind, wenn es darum geht, im Internet Freiheiten und Datenverkehr einzuschränken, ist das Urheberrecht. Aber das brauche ich hier wirklich nicht erklären, das hat uns das ganze letzte Jahr über ja sehr intensiv begleitet. Und was wir jetzt gestartet haben als digitale Gesellschaft zur Republika, aber durchaus mit dem Ziel, dann einen längeren Atem damit zu haben, ist eine Kampagne für ein Recht auf Remix. Nur ganz kurz nochmal zur Wiederholung, was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter drei, wir haben sie genannt, Kreativitätsrechte, die im Urheberrecht verankert werden sollten, und zwar einerseits soweit möglich auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene. Das ist einerseits Remix sehr weit verstanden als transformative Werknutzung, Werke, die man beim Nutzen verändert und die auch wieder anderen zugänglich zu machen. Dann Remix im engeren Sinn, also wirklich Mashups, Remixes von Werken zu erzeugen und die auch wiederum im Internet anderen zugänglich zu machen. Und drittens das Recht, diese Remixes auch kommerziell zu verwerten, wenn man dafür und dafür quasi eine Lizenzgebühr zu zahlen, so wie das heute schon bei Cover-Versionen der Fall ist, das soll auch möglich sein. Details dazu gibt es auf der Kampagnen-Homepage. Wir haben auf der Republika gestartet, dann mit ein paar Sujets. Wir haben also gedacht, die beste Art und Weise für ein Recht auf Remix Werbung zu machen ist, prominente Leute und deren Zitate zu remixen. Das ist sozusagen aber nur unser Auftakt gewesen. Ich möchte jetzt hier noch ganz kurz sagen, worauf es hinausläuft oder wie es weitergehen wird. Wie gesagt, bei der Netzneutralität ist es ja eigentlich relativ einfach. Netzneutralität heißt, wir müssen dieses eine Netzneutralitätsgesetz durchlobbyieren und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir sozusagen viel geschafft und so leicht wird es beim Urheberrecht nicht gehen. Da wird es einfach länger dauern. Da wird es viel mehr darum gehen, auch zu überzeugen. Da wird es viel mehr darum gehen, überhaupt dafür zu sensibilisieren, dass sowas wie Remix oder Remix-Kultur wertvoll ist. Und dafür haben wir uns Folgendes vorgenommen. Nämlich, es wird derzeit gerade gearbeitet an Online-Remix-Tools, die auch es einfach machen sollen, da selbst ein bisschen herumzuspielen. Wir wollen ein Verzeichnis von Remix-Tools, die es bereits im Internet gibt, dort auch sammeln. Das Zweite, woran wir intensiv arbeiten, das wird ein bisschen länger noch dauern, ist ein Online-Remix-Museum. Das hört sich ein bisschen altbacken an, aber das Ziel ist genau, die Leute zu erreichen, die eben vielleicht ins Museum gehen, aber die Remix-Kunst nicht so cool finden wie wir vielleicht. Und der letzte Punkt, und das ist der, um den es mir heute geht und warum ich euch trotzdem etwas erzähle, obwohl es eigentlich um Netzneutralität ging, das ist die Idee von einem Remix-Award. Warum erzähle ich das heute schon? Weil der erste Teil der Kampagne, der jetzt schon läuft, und darum würde ich euch jetzt bitten, da vielleicht doch mal einen Blick auf die Seite zu werfen, ist, dass wir Unterschriften sammeln, aber eigentlich nicht so sehr, um noch eine Petition zu haben. Also wir haben auch noch nicht 50.000 oder knapp 100.000 Unterschriften. Das ist auch noch gar nicht jetzt unbedingt unser Ziel gewesen. Was wir aber wollen ist, dass ihr nicht nur unterschreibt, sondern dass ihr dort den Link zu eurem persönlichen Lieblings-Remix dort eingebt. Was ist der Hintergrund natürlich? Wir wollen, also jeder, der dort unterschreibt und seinen Lieblings-Remix auf dieser Seite eingibt, nominiert ihn dafür auch für einen Remix-Award, den wir im Herbst vergeben wollen. Und was man jetzt schon tun kann, aber ich warne euch, fangt nicht an, wenn ihr gerade irgendwie wichtige Dinge zu tun habt. Wir haben bereits so eine eigene Seite für diesen Award, und dort kann man jetzt schon alle nominierten Remixes anschauen, also mit Vorschaubildern, die Leute, also ganz viel Musik-Remixes findet man dort, ganz viele Video-Remixes. Man kann sich dort verlieren, also zumindest ist es mir schon passiert. Und das ist sozusagen auch quasi der Hauptseck dieser ersten Phase. Wir wollen mal zeigen, hey, so viel geile Remix-Kunst, Remix-Kultur ist da draußen. Ich muss sagen, das ist auch so eine ganz andere Kultur oder ein ganz anderer Bereich. Wir haben zum Beispiel auch jetzt Interviews gefeatured mit Remixerinnen und Remixern. Einer davon ist zum Beispiel David Wessel, a.k.a. Ben Stiller, mit 3L geschrieben. Der macht Musik-Remixes. Ich kannte ihn vorher dieser Kampagne nicht, gebe ich zu. Allerdings hat er im Unterschied zu uns 122.000 Fans auf Facebook, die seine Remixes geil finden. Zum Vergleich, DigiGas, wie viel haben wir? 10.000? Also das ist doch ein anderer Hebel. Und das ist auch genau das Ziel wiederum, mal über unsere netzpolitischen Nerd-Kreise hinaus Leute für diese Themen vielleicht zu interessieren. So, das war es auch schon. Also meine Aufforderung, alle, die es noch nicht getan haben, teilt euren Lieblings-Remix mit den anderen in diesem quasi Archiv oder in dieser schönen Sammlung von Remixes. Und wenn es sonst noch mehr interessiert, erstens auf der Homepage und zweitens, was wir auch da haben, ich glaube, vorne auf den Tischen liegt es, wir haben im Zuge der Kampagne für euch Qualitätskatzen-Content produziert. Ihr könnt ihn auch in Sticker-Form dann überall hinkleben. Also viel Spaß. Ganz herzlichen Dank, Leonard. Also hier vorne gibt es auch noch ein paar von den Katzen, die dann auf kleinen, runden Laptop... Okay, wer sich beeilt, bekommt noch welche? So, das ist das Ende der Präsentation, aber wir haben auch noch...